Allerhand Themen schon heute an diesem Vorabend des Unabhängigkeitstages der Ukraine sprechen wir drüber mit Joachim Weber, Experte für Sicherheitspolitik am Forschungsinstitut Kassis der Universität Bonn. Hallo Herr Weber. Hallo, guten Abend. Herr Weber, sechs Monate Krieg. Was erleben wir derzeit für ein Kriegsszenario? Wir erleben einen Krieg, der sich festgefahren hat zunehmend, der statischer geworden ist, der in einer Verlangsamung der russischen Vorstöße besteht und der hin und her wog. Nicht mal scheint die eine Seite ein bisschen die Oberhand zu gewinnen, dann wieder die andere. Es steht nach wie vor unentschieden. Unentschieden, würden Sie das bezeichnen? Ja, im Moment rein militärisch betrachtet ja. Natürlich gehört zu diesem Unentschieden auch die Erkenntnis, dass die Ukraine in weiten Teilen in Schutt und Asche fällt. Also es gibt unterschiedliche Unentschieden. Und wir erleben eines, was hier auf Dauer für die Ukraine natürlich zerstörerisch sein wird. Und insofern müsste das Ziel sein, das zu einem Ende zu kriegen. Aber es ist kein Weg bisher zu sehen. Jetzt haben Sie es schon angesprochen und ich hatte vorher mir auch gedacht, lassen Sie uns mal darüber sprechen, wie bei sechs Monaten ist ja eigentlich ein ganz guter Zeitraum, mal zu sagen, Sekunde mal kurz, wie könnte das Ganze denn enden, aus Ihrer Sicht? Tja, wenn das einer wüsste, wäre es schön, nicht? Also fangen wir mal vorne an. Putin hat seinen Schießpulver noch lange nicht aufgebraucht, nicht? Er will ein Ziel erreichen, das ist die Unterwerfung der Ukraine. Dafür setzt er Militär und Gewalt ein und er ist noch nicht am Ende der Fahnenstange. Das heißt, die stärkere Partei, die Russen, die sie ohne Zweifel sind, die stärkere Partei, die könnte nur friedensgeneigt sein, wenn sie merkt, dass sie ihre militärischen Ziele nicht mehr erreichen kann. Davon sind wir aber noch ein ganzes Stück entfernt. Nämlich? Ja, es müsste sehen, wie es weitergeht. Also wenn jetzt keine Seite entscheidende Durchbrüche irgendwo mehr erzielt, im Moment scheinen die Russen nicht stark genug dafür zu sein. Die Ukrainer kündigen seit Langem ihre Gegenoffensiven an, vor allen Dingen im Bereich Chasson, aber sie kommen dort auch nicht wirklich voran, außer ein paar Dörfer zu befreien. Es kommt keiner weiter. Das heißt, wir werden Stellungskrieg haben, wir landen in einem langen Winter und dann geht irgendwann die Frühjahrsoffensive wieder los. Aber apropos langer Winter, bleiben wir bei der Ukraine. Also wie lange kann sich dieses Land mit einer kaum noch funktionierenden Wirtschaft, mit kaum noch einem gesellschaftlichen Zusammenleben, mit einer militärischen Macht, die vom Westen zwar noch unterstützt wird, aber auch da ist ja die Frage, bleibt das denn auch so? Und dann ja auch der Frage, naja, der Winter naht. Möglicherweise wird es kalt, gerade in ausgebombten Häusern. Wie lange kann die Ukraine tatsächlich diesen Krieg so führen? Oder ist dieser kommende Winter das entscheidende Bottleneck? Ja, das ist eben die entscheidende Frage, die Sie da adressieren, wie lange das noch weitergeht. Das weiß keiner, aber wir wissen, dass die Ukraine natürlich aus eigener Kraft sich nicht mehr versorgen kann. Nicht große Teile der Wirtschaft liegen da nieder. Es muss unendlich viel Geld aus dem Ausland zugeführt werden, damit überhaupt nur der Staat weiter funktioniert. Die ganzen Beschäftigten müssen ja bezahlt werden in irgendeiner Weise. Und auch die, die nicht mehr beschäftigt sind, weil ihre Arbeitsplätze weg sind, weil die normale Wirtschaft nicht mehr funktioniert. Das heißt, man muss in der Ukraine 35 Millionen Leute über Wasser halten, plus 10 Millionen Flüchtlinge. Das wird nicht ewig gehen. Und deswegen kann der Westen nicht auf eine Verstetigung dieses Konfliktes setzen, sondern müsste sehen, dass es schnell zu Ende kommt. Russland hat den längeren Atem in dieser Frage. Wie könnte der Westen das tun? Weil im Endeffekt ist ja das, was Sie sagen, wenn der Westen den Geldhahn und den Militärarm zudreht, Hahn zudreht für die Ukraine, dann ist es vorbei. Sie sagen, es muss mehr Druck auf Russland kommen. Inwiefern? Letzten Endes ja. Im Grunde geht das nur über Waffenlieferungen. Die einzige Chance wäre, so weit zu kommen, dass die Russen merken, wir erreichen unsere Ziele nicht. Das werden sie aber nur merken, wenn sie militärisch nicht mehr vorankommen oder sogar zurückgerollt werden. Und insofern müssten die Waffenlieferungen des Westens in dieser Phase deutlich verstärkt und vor allen Dingen beschleunigt werden. Und dann kurze Frage zum Abschluss. Gucken wir auf die andere Seite, auf die russische. Was müsste passieren, dass Russland diesen Krieg einstellt? Ja, dass die Kosten des Krieges für Russland so hoch werden, dass selbst ein Putin sagt, das bringt es nicht mehr, das lohnt nicht mehr recht. Zu diesem Punkt müssten wir ihn führen. Vorher wird er nicht auftun. Von einer Position des Schwächeren nehmen die Russen keine Ratschläge oder Bedingungen an. Das wissen wir. Ja. Mhm. Mhm.